Pünktlich zu Beginn der Jugendweihe-Saison 2014 haben sich die Mitarbeiter des Karstadt-Warenhauses wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der zweiten Etage des Warenhauses sind wieder Festmoden und Tageskleider erhältlich und können auf zwei extra eingerichteten Flächen, und zwar Klassik und Modern, genauestens unter die Lupe genommen werden. Wer also noch etwas für Jugendweihe, Abiball und Co. sucht, ist hier genau richtig. Doch wo liegen die Trends? Naja, schwarz geht immer und das trifft auch 2014 zu. Wer es ein bisschen bunter mag, dem empfiehlt das freundliche Fachpersonal Aprikot, Beere, Blau oder Creme. Festmode ist etwas ganz Besonderes und da lohnt sich der Weg ins Karstadt-Warenhaus auf jeden Fall. Auch die klassische Variante findet Berücksichtigung. Viel zu selten kleidet man sich anmutig und edel, da sollte man das Angebot schon genauer betrachten und vor allem auch anprobieren. Und das trifft auch auf die Herren der Schöpfung zu, denn auch sie bekommen hier ihre Beratung. Gerade zur Jugendweihe oder zur Konfirmation bietet sich die Gelegenheit, die Festmode und sich selbst in einem passenden Ambiente den neugierigen Blicken der anderen zu stellen. Worauf warten sie noch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.